Ich habe so einen kleinen Menschen bei mir zu Hause, nennt sich Anna und ist meine Tochter. Und die hat auch ein paar Fragen, die sie ihrem Vater natürlich stellen möchte. Und da geht es halt wirklich knallhart vor. Es ist einfach so, wer es nicht verstehen kann, ist auch falsch auf dem Kanal, muss ich so sagen, weil das wird halt definitiv immer so sein, dass halt die Familie halt vorgeht. Guten Tag, hier ist der Guzorg. Ich würde mal sagen, gestern war ja eine richtig, richtig nice Folge, wo ich einfach mal schön mit der Queen einfach den Inferno weggenutzt habe. Wir sind wieder in dem Bereich, wo wir langsam schön das Townhall 10 ausarbeiten wollen. Und wie gesagt, Fokus liegt ja auf den Armeelagern. Da möchte ich jetzt ran, beziehungsweise die möchte ich jetzt verbessern. Und ich habe auch einen Skelett-Zauber ausgebildet und hoffe, dass wir den vielleicht auch noch heute ins Spiel kriegen können. Müssen wir mal schauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eventuell bei so einer Sache ganz gut hilft, wenn ich einen Inferno habe. Alter, sind die richtig fett inaktiv. Ah, das ist ja... Ich meine, Loot ist natürlich jetzt nicht doll. Aber ich meine, ich könnte immerhin die zwei Infernungs mir wegnaschen. Aber egal. Kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann kriege ich die Infernungs auch noch komplett weggesplasht und dann ist das in Ordnung. Aber krasses Pferd jetzt gerade. Also ihr seht es gerade selbst, ihr seid ja live dabei. Schade, der hätte noch ein bisschen mehr haben können. Dann wäre ich... Alter, was ist denn das hier? Das sieht alles so ein bisschen inaktiv aus. Auch nicht so verkehrt, aber ich würde gerne schon so 300 LX, also 300.000 würde ich gerne schon im LX-Bereich haben. Das wäre schon nett, weil ich da wirklich weiterkommen will. Ich will nicht irgendwie auf der Stelle tanzen, sondern wirklich sagen, gut, okay, komm. Wir haben vier Heiler, 15 Mauerbrecher, obwohl man auch nicht so viel braucht. Aber die, die übrig bleiben, die bleiben dann halt übrig und stört auch nicht. Wie gesagt, klar, mit den Spells muss man halt wirklich schauen, dass man nicht zu viel wegballert, weil wir sind bei über 120k, wenn wir die Spells alle wegballern. Nur alleine die Spells. Hier könnte man reingehen, Teslas und sowas sind mir vollkommen Banane. Der Entferne würde aber richtig Gas geben und ich würde halt... Der ist auf Multi. Nee, aber so viel gibt es dann auch nicht. Ich meine, es sind drei Lager, drei LX-Lager. Das wäre schon ziemlich nice. Fast ein bisschen episch, aber ich will es noch ein bisschen besser haben. Oh ja. Aber jetzt sieht man wirklich richtig krass, wie das halt wirklich ansteigt, dass man halt wirklich auch nur noch höhere Vorgeschlagen bekommt. Also hier seht ihr es wirklich. Also das ist so dieses, wie soll ich sagen, wenn ihr euch überlegt, oh, gehe ich hoch oder gehe ich nicht hoch? Das ist halt wirklich dieses perfekte Beispiel, dass man halt sagen muss, oh, hier, den könnte man wegnatzen. Den wegnatzen und dann hier reingehen. Kriegen wir das hin? Mit dem... Oh, jetzt wird es tricky. Also ich meine, der würde auch auf die Mauerbrecher gehen. Das muss jetzt hier schnell gehen. Scheiß drauf. Wir wollen es hier jetzt hardcore wissen. Jetzt könnte natürlich Folgendes passieren, dass die Heiler nicht die Queen heilen, sondern den King. Ganz genau. Und jetzt muss die Queen halt zusehen, dass hier mal richtig was an den Start geht. Ganz genau. Queen. Mach, 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 mach. Ich will dich noch nicht rage'n. Alter Fett, alter Fett. Ging ja gar nicht mehr. Dann muss natürlich, klar, der rage hin, beziehungsweise ich hätte natürlich gerne die Ability mir aufgehoben. Ist jetzt auch nicht so schön, dass der Expo da gerade mein Heiler platt macht. Aber gut, okay, die Bogies arbeiten definitiv für mich. Auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt habe ich natürlich den Sklett-Zauber vollkommen vergessen. Aber, das soll nicht weiter schlimm sein. Wir probieren den hier einfach mal. Oh, zu spät. Oh nein, zu spät, zu spät. Ah, Kacke. Das ist natürlich das, was ich nicht haben wollte. Jetzt rennt die natürlich außen rum, wie so eine kleine blinde Kuh. Weil hier natürlich richtig schön Loot am Start ist. Und jetzt ist natürlich dann auch gleich der Heiler weg. Oh yeah, gute Nacht. Das Ding war nichts. Da können wir auch aufhören. Weil, es bringt ja nichts. Ich meine, die Queen stirbt. Ich habe dann relativ lange nichts, was ich machen kann. Oh, schade. Aber so ist das Leben. Wie gesagt, ihr seid live dabei. Und nicht immer nur, oh, naja, das Beste rausgeschnitten. Und hier, der Guzo Akanzia und wie auch immer. Nein, dann seht ihr halt ein Fail. Lichtle haut raus mit einem knappen One Million. Komplett inaktiv. Wirklich auch die Adlerartillerie. Nicht mehr am Start. Hier haben wir noch zwei volle Lager. Und hier definitiv ein Lager. Genau, ihr wisst, was ich meine. Minen und Sammler. Und hier definitiv auch noch nichts zu vergessen. So, okay. Ganz klarer Schuh. Hier müssen wir noch. Da, da. Und hier wäre natürlich das Dunkle geil. Das Dunkle wäre geil. Aber ich glaube, da würde ich auch eher sagen, jawohl, ich weiß das nicht. Durch die Helden werden die hier aber ganz schön in Gebums, denke ich mal. Also hier, den Bohrer kriegt man ohne Probleme. Aber an den hier dürfte man relativ schwierig mit den Truppen rankommen. Also von daher genau richtig. Hier oben dann erstmal wirklich alles mitnehmen, was man halbwegs easy wegbekommt. Weil ich würde halt wirklich sagen, die Queen des Gegners, die rockt und dann wirklich nur mit den Helden. Genau. Dass man dann eventuell mit den Helden von unten kommen könnte. Da geht die, genau, richtig. Jetzt sollte es das sein. Jetzt nichts mehr. Und jetzt hier rein. Na, ne. Ich werfe direkt unten die Helden rein. Geschossen. So hätte ich es gemacht. Aber vielleicht braucht er die Helden für später. Kann ja alles sein. Na, ich sag mal, dann das beides noch und von der Zeit her wird es, denke ich mal, nicht mehr. Dann schade. Ah, das hätte das kleine bisschen, das i-Tüpfelchen, weißt du. Dieser Bohrer, den hätte ich noch gerne gehabt. Aber wie gesagt, ey. Alter, gar kein dunkles. Das ist schon ein bisschen hart. Das ist natürlich die Frage, die, ob wir einfach mal ganz dekadent Gems raushauen. Yeah, und ein Levelaufstieg. Habt ihr es bitte gesehen? 134. Dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, es geht mir jetzt nicht darum, oh, ich habe einen Bauarbeiter mehr frei, sondern, jetzt muss ich erst mal gucken, ich könnte theoretisch sogar noch den Tunnelgräber. Alter Verwalter. Aber der kommt später. Aber ich will jetzt natürlich dann auch mal den Baby Dragon ausprobieren, auf jeden Fall. Ich will ja ein bisschen sparsam sein, weil ich brauche erst Alex. Und ich würde mal sagen, ich haue in beide Kasernen noch einen Boost rein, sonst wäre das ein bisschen ganz für die Katze. Und da bin ich wieder, habe gerade noch eine Mail von Nanofreaks, Clash of Clans, Clash Royale und mehr beantwortet. Und da muss ich auch noch mal kurz was einwerfen. Und zwar ist die Sache die, es ging dabei darum, dass er schrieb, oh ja, ist ja doof, wie du mit den Abonnenten umgehst. Weil ich eine Mail nicht beantwortet habe. Und da ist immer auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also bitte, bitte, bitte lasst mir da auch eine gewisse Zeit. Ich meine, klar, ich kann nicht jede Mail beantworten. Aber ich sage mal, wenn einer einen Kommentar über zwei Kommentare schreibt, weil da so viel Text drin steht, dann guckt man sich das schon an. Und ja, wenn dann eben eine Woche lang nichts kommt, dann wird es eventuell daran liegen, dass ich, wie gesagt, halt wirklich nur in den zwei Tagen, in denen ich halt was mache, auch antworten werde. Und das hat nichts damit zu tun, oh, du bist abgehoben oder sowas, sondern einfach nur, ja, die Zeit ist nicht da. Und ich nehme mir dafür dann auch nicht die Zeit. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber da sage ich dann knallhart, da geht meine Familie vor. So, jetzt sind wir hier im Angriff, aber wie gesagt, da möchte ich kurz nochmal in diese, nicht Wunde reinschlagen, das ist Quatsch. Aber es geht einfach darum, ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke immer noch in die Mails rein, wenn ich halt eben auch zu Hause bin, dann habe ich da einfach wirklich gar keine Zeit mit meiner Familie. Und das ist einfach so eine Sache, da ziehe ich halt klar den Schulusstrich. Und ich bin halt wirklich, wenn ich eben zu Hause bin, bin ich halt der Familienvater und Mann und wie auch immer. Und dann ist halt CoC wirklich nebensächlich. Und auch YouTube und wie auch immer. Klar, gucken wir mal kurz in Analytics rein und, oh, wie sieht es aus und so weiter und so fort. Klar, aber dass ich jetzt mich hinsetze und sage, ach komm, hier, jetzt muss ich erstmal die ganzen Fragen beantworten. Ich habe so einen kleinen Menschen bei mir zu Hause. Nennt sich Anna und ist meine Tochter. Und die hat auch ein paar Fragen, die sie ihrem Vater natürlich stellen möchte. Und da geht es halt wirklich knallhart vor. Es ist einfach so, wer es nicht verstehen kann, ist auch, ja, falsch auf dem Kanal. Muss ich so sagen, weil das wird halt definitiv immer so sein, dass halt die Familie halt vorgeht. Und wer halt sagt, ach nö, kann ich nicht verstehen. Gut, dann ist das so. Das ist deine Meinung. Klar, kann jeder selber haben, logisch. Aber wie gesagt, da wird nichts dran gewackelt. Und ich gehe mal davon aus, dass 95% der Zuschauer definitiv dafür Verständnis haben. Dann passt das. Nee, also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ist halt einfach wirklich so. Die Zeit geht halt dafür drauf, dann fürs Familienleben. Und das ist auch gut so. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen reinkommen. Bam. Und. Ah, nee, die sind total doof gelaufen. Die sind total, total assig gelaufen, weil ich wollte eben nicht, dass die Queen draußen rumlaufen muss. Oh, ich höre mich so verschnupft an. Das ist echt nicht schön, aber so ist das Leben. Weil Sommer, Blütenstaub und dann Blütenstauballergie und dann, oh. Die hätte ich noch gerne gehabt, aber tut mir jetzt nicht weh. Also ich sage mal, der Lüt war okay. Ich habe die Spells beibehalten. Schön 100, etwas über 120, knapp, ja, sogar 130.000. Einfach drinnen behalten, einwandfrei. Das ist das, was sein soll. Jetzt hauen wir hier mal ein Rage raus. Also, die Ability. Vielleicht kriegen wir hier den sogar noch, aber ich denke mal erstmal Minenwerfer, dann Kanone, dann Armeelager und dann wird ja doch geiles Ding. Cool. Das freut mich. Und dann sieht man wieder, der Rage hat sich dann doch wieder, also die Ability zu zünden hat sich dann doch wieder gelohnt, weil ich halt ein paar Sekündchen mehr dadurch bekommen habe, beziehungsweise halt eben ein bisschen schneller war. Das ist nice. Und das finde ich richtig cool, wenn man merkt, das hat sich dann im Endeffekt ausgezahlt. Ja, das soll es dann erstmal zu der Folge wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder.